Was spielen wir heute? El Caballero Gabriel. Ich sag mal, herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Und ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast, der schon ganz schön ungeduldig ist. Ja, eigentlich, genau, ich wollte nur kurz sagen, Gabriel Knight habe ich vorher noch nie gehört, bevor mir das vorgeschlagen wurde. Also es lohnt sich, auch mal Dinge, ne? Um vorzuschlagen. Soll gut sein, habe ich gehört. So, los geht's. Ja, schau mal bei der einen... Was? Oh nein. Das ist okay. Können wir gleich noch machen, oder? Tag 1. Ich träumte in der Nacht gestade voller Blut, sah Augen sündigen Blicks. Der See war weich und tief und schwarz, ein Duft wie ihre Haut. Ha. Okay. Huch. Bock. I bet, just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? Lolita. Lolita. Das ist hier Klub, Martin. I'm sorry, but Gabriel is allowed. Oh, I mean, he's out. Yeah, if he ever comes back, I'll tell him. Ah, wer's mag. You know, you could do better. I know I don't know you, but you could do better. Hm, tch. Good morning. Uhu. The phone's been ringing off the hook all morning. Let me know when you want your messages. Ja. Gee, you're lively. Did you have another nightmare last night? Sort of. Mm-hmm. Mm-hmm. I told you, it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw up the karma. I'm sure that's it. Maybe I should write a horror novel on passive resistance instead. So don't sleep. It's your body. Anyway, your handheld tape recorder came today. Really? Great. I can't wait to see what human rights you violate with this one. I can't wait to violate them. For example, if you would just let me... And I located some local voodoo references for you. Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps... Jesus. Like yours. Äh. And a riveting personality, I'm sure. Well, if you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. Okay, also erstmal, wir gucken mal. Also wie ihr seht, das ist nicht die remasterte Version. Tja. Irgendjemand sagte, aus irgendeinem Grund sollte man den nicht nehmen. Ja, irgendwas war da, aber... Ja gut, äh, genau. Erzählerstimme. Mach mal die Ikone. Nicht keine. Okay. Achso, dass das immer bleibt? Ja. Oder ist es doof? Ja, also... Ja... Okay. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Mhm. Was ich aber jetzt vorschlagen würde, wäre, das Spiel nochmal so anzufangen und die Einleitung zu sehen. Okay, Einleitung. Pidi. Ein Lagerfeuer. Ich glaube, dem wird es nicht so gut. Hä? Das erinnert mich ein bisschen an Alone in the Dark. Da hat sich nämlich da auch der Dings in so einen Jaguar verhandelt. Komm, wenn ich ihn gucke. Ja. Äh... Weird. What? Irgendwie... Ja, dann haben wir doch Alträume. Achso. Ja, dann doch. Ja. Sieht so aus. Online-Entwicklungsteam. Jane Jensen. Ha, da ist sie wieder. Robert Holmes. Aha. Chefprogrammierer. Ach, nicht der Herr Schneider diesmal. Und nicht der Herr Müller. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht die deutsche Umsetzung. Leute, ich esse ja nicht Susi. Ah, Susi. Okay. Ah, gut. Text sind ja nur Susi. Ja, von welchem Jahr ist das Spiel eigentlich, keine Ahnung. Wie ihr sehen könnt, wir haben nicht die Remastered Version, sondern die Pixel. Ja, ja, das hast du gesagt. Hm. Aber irgendjemand, ich könnte ja bestimmt jetzt in den Kommentaren nochmal sagen, wer das war. Ich weiß ganz genau, sagte irgendwas war ganz schlimm da. Tim Curry. Tim Curry. Das ist doch der von mir. Ja. Rocky Horror Picture Show. Das ist doch der ganze Abspann. Ja, der Abspann ist in dem Fall der Vorspann. Ja, das ist bei alten Filmen so. Da hast du keinen Abspann, da hast du einen Vorspann. Großmutterneid. Vor allen Dingen Großmutter mit Doppel-S und nochmal Schafen-S geschrieben. Sehr groß ist das. Sehr groß. Okay, das haben wir jetzt schon geguckt. Ja. Ich träumte in der Nacht, Gestale voller Blut und so. Am Anfang dachte ich, dass wir ja diesen Jungen sind, aber nicht. Kann man das so erspringen? Mhm. Aha. Mhm. Okay. Okay. Also jetzt haben wir aber immer noch nicht hier die Untertitel, ne? Das finde ich, weil wir neu eingefangen haben. Ja, genau. Okay. So. Ah ja, hier kann man switchen. Hier kann man sie Dinge fragen. Aha. Hast du einen Moment, Grice? Was ist denn? Huh? Huh. Voodoo. Was kannst du mir über Voodoo erzählen? Ich wusste nicht viel über das, bis du es angefangen hast, für deinen Buch. Jetzt weiß ich, dass es aktiv ist in der Stadt. Es gibt den Shoppen, den Museum. Es kann sicherlich gefährlich sein, in den falschen Händen. Du solltest es sich vorsichtig beschäftigen. Mhm. Was wissen Sie über die Voodoo-Murder? Just was ich in der Bibel, gleich wie du. Was kannst du mir erzählen über New Orleans? Ich bin nur zwei Monate hier, aber ich liebe es. Mhm. Okay. Es ist so viel mehr so viel wie ich bin. Es fühlt sich hier alles möglich ist. Okay. Tell me about yourself, Grice. Ja, das ist richtig, Knight. Ich bin mir nicht. Was willst du wissen? Ja. Oh. Oh. Er hat einen Bücherladen, so-so. Ah. Ah. Perfection. Ah. 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 Aff Hastrating. Ah. Ah. Ah, das United Где. Ich denke, das ist wirklich ein Kult für dich. Ich denke, das ist wirklich ein Kult für dich. Ach so. Dein Hauptcharakter ist ein Femal-Authodontist. Du musst dich reinkarniert werden als eine Pitbull, wenn du dich mit deinem Karma schreitst. Sobald es ein Männer-Pitbull ist, mit einem wirklich großen Kult für dich. Das ist genug. Danke. Aber das ist alles. Ja. Ah, sie selbst war immer rot? Ne, sorry. Sie selbst war immer rot? Ja. Ah, okay. Sorry. Hast du mehr Messungen für mich? Ich habe dir alles gegeben. Okay. Äh, was ist denn hier? Wissen Sie was anderes über Voodoo? Ich habe dir alles erzählt. Sorry, ich kann nicht mehr Hilfe sein. Okay. Na gut, dann haben wir, glaube ich, alles soweit durch. Dann schauen wir uns hier im Räumchen noch etwas um. Hier, diese Lupe sieht sehr verdächtig aus. Man muss nicht mehr... Man muss nicht mehr... Ich glaube, dass das gut ist, wenn dieser Ton erklingt. Gabriel kann das nicht nehmen. Nein? Hä? Weil hier ist doch was. Ah, doch. Gut. Gut. Du wirst ein bisschen schrauben. Ich versuche, dich zu Hause zu machen. Blin-Pink Gabriel findet diese populärer Autos sehr mediocre. I know they would care. Also. Mittagzeit Zähler. Ja. So, und jetzt ist hier... Was ist das? Ach, eine Zeitung. Times Pickle-Hune. Dated June 18, 1993. Mhm. The front page has an article about the Voodoo-Murders. The article says that the victims are all identified as members of the underworld. The general public of New Orleans is in no danger. Police claim the so-called voodoo trappings found at the crime scenes are fake. A scare tactic. And that the murders are not associated with any genuine practitioners. Gabriel also scans the Aquarius horoscope for the day. Potential storms ahead. Proceed with caution. And do not get involved with anything new at this time. Mhm. Aha. Aber bring-bring-bring-bring ist gut. Noch ein Kaffee. Noch ein Kaffee. Bring-bring-bring. Mhm. Mmm. Good Kaffee. Ne, er stöhnt gar nichts. Gabriel leaves through a German-English Dictionary. Let's see. slad Mid-tags means Mid-day Noon. Interessant. Jetzt kann er das. It's a bit warm in here. Gabriel decides to wait until he leaves to put on a Ten people Laurie. Okay. So, was kann man denn hier noch alles tun? Hübsch. Schon. He's alright. He can't afford to replace them. Grace keeps her art supplies here. The books on the desk are no repair work. The latter provides access to the uppermost shelves of the bookcase. Oh. If you try to look down my shirt one more time, I'm leaving. Oh. Nein, der ist auch schon... I know what you're trying to refresh, and it isn't your memory. Get down. Ui. Kann er diese Blätter nehmen, oder? Nee. So. Gabriel cannot take that. Keine Ahnung. Ja, okay. Gut. Also, wir können hier auch den Laden verlassen. Ah, jetzt zieht er sich an. Okay. Have fun. Jetzt gehen wir... Okay, also da sind Voodoo-Morde passiert. Gabriel Knight hat irgendwas mit Voodoo zu tun, hat... Äh... ...hat da auch Albträume und so. Ja, mhm. Voodoo-Museum. Voodoo-Museum. Kathedrale. Oh mein Gott, hier geht... Hier ist aber viel los. Polizeiwache. Ja, hier kann man zur Polizei gehen. Nicht so wie im letzten Spiel. Okay. Oh! Oh, das sind echte Beine. What a badass. Ja. Aha. Was ist das hier? Ein Drugstore. Ah. Mhm. 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 Ach, wir sehen uns erst mal oben hier. Das ist wohl... Angucken. Interessant. A variety of cloth dolls are arranged above the shelves. Da sind Voodoo-Laden. Die schön. Impaled with a single silver hen. Mhm. It's a mannequin wearing a crocodile. Warum auch nicht? The sign says potion ingredients. These dolls must be for do-it-yourselfies. The sign says... How are items. Okay. Der Typ hier? The proprietor doesn't look especially friendly. His business probably doesn't depend on what you're doing. The dust on those boxes is older than David. Oh, gut. Ja, ich finde das schön, wenn... The sign says... Special Saint-Jean-Yves. Free bottle of lover come back to me oil. Oh, Master Gambling Oil. With every purchase over 50 dollars. Okay. Lagnia. My French is lousy. But everyone in New Orleans knows what that means. A little something extra. Aha. Interessant. Also, wer sich sagen wollte, solche Spiele sind toll, wenn man so viel anklicken kann. Und das... Ja, war bei Monkey Island eigentlich auch so. Ja. Can you tell me what you know about Voodoo? Pff. Alles. Mmh. What do you know about the Voodoo-Murders? Cabris Sanko. What? What did you say? Nothing, nothing. Those killings have nothing to do with my shot. Mmh. Natürlich nicht. Bling, 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 bling. Sehr verdächtig. What can you tell me about New Orleans? I've lived there all my life, me. Okay. What's the significance of St. John's Eve? It's the biggest night of the year. Voodoo. What goes on exactly? Uh, I couldn't say. Ich glaube, Johannes Nacht ist so die Sommersonnenwinde, also so der längste Tag des Jahres. Mmh. What did you mean when you said Cabris Sanko? I didn't say that. You did. I heard you say it. Ja, was hast du dem dann gesagt? Mmh. Mmh. Tell me about yourself. My name is Willie Walker. I own the place. Mmh. Okay. Das war's. Tell me about yourself. How did you get into this kind of business? Why should I discuss my business with you, man? Ja, okay. Ich glaube, da könntest du aber noch einen wiederholen, vielleicht. Kann ich fragen, ob ich die Farbe noch verstehe? Oh, nee, Quatsch. Oder er selbst? Wie soll es er selbst annehmen? Tell me about yourself. Wie hast du... Warum ist das alles? Oh, okay. Ich weiß nicht. Und wieso leuchtet Voodoo jetzt? Ich habe nichts mehr. Ich glaube, ich bin stupid. This is a Voodoo shop. Look at all this stuff. These are novelty's. Curiousity's. If people want to think they're magic. It's not my concern, you know. Mmh. What do you know about the... Monsieur? Ja, ja. Okay. Okay. Das hat nichts damit zu tun. Wieso? Ist das hier ein Unterschied? This is a Dixieland drugstore and I own it me. Name is Walker. Willie Walker. Okay. Mmh. Äh. Da kann man einfach hinlaufen, ja? Okay. Mmh. 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 Und was mit dem? The jars look fragile. And their contents unappetizing. Hm. I don't think Voodoo doves are my style. Gabriel doesn't want a poster and a small notice says that the store is out of stock on the book itself. Mmh. Gabriel cannot see any way to pick that up. What would Gabriel do with that sign? To get what's in the case, Gabriel. Okay. Witten. Ja gut, dann gehen wir halt wieder. Gibt ja vielleicht noch andere tolle Sachen hier in der Gegend zu sehen. Ähm. Zum Beispiel. Ach, lass mal ins Museum gehen. Um rum. Uh. Uh. Hä? Schau rund um, was du willst. Okay, danke. Who the fuck? Ein Street-Drummer hat sich in den Museums befestigt. Ich dachte, der ist einer, der in der Küche duscht. Ja, ja, das stimmt. Ein Schlagzeugspieler draußen. Gabriel cannot... Why move her? Move, okay. Gabriel can't do a thing with a drummer on the street. Na gut. Aber wir können uns erst mal hier umsehen. A wooden doll with horns is on the back table. Looks like Jack Nichols. Pfff. But. The back wall displays various voodoo items, such as a gaudy shell necklace. Huh. Mhm. Somebody knows one. He's got more hair than Mosley. Huh. Reminds me of a book critic for the New York Times. An official voodoo wishing stone. Rub it and make a wish, a card say. Funny. I'll say the same thing. Oh. Oh. Gabriel. Oh. Oh. Also. Da ist so einer. Also. Mhm. Könnte lustig werden, das Spiel. A striking portrait of a turban woman is on the back wall. Gabriel wonders who she might be. It's a basket for the nation to the free museum. Ah. A very large, very formidable looking snake is secured in a plexiglass cage. Okay. Gut, dann quatschen wir mal mit der guten Frau. Ja. Das ist also ein voodoo-museum. Warum nicht? Okay. Okay, können wir die Musik ein bisschen leiser machen im Vergleich zu den Gesprächen? Bestimmt, bestimmt. Ja, und vielleicht... Ah ja, genau. Hä? Ja, ich meine, Text ist auch... Text ist Text oder Text ist der Dialog? Ja, was sie sagen. Meinen die wahrscheinlich nicht. Besser, ne? Es piepst nicht so im Ohr. Ja, okay. Dann können wir hier wahrscheinlich auch nicht so viel tun. Okay. There is nothing to open or close. Jabril cannot open. Jabril cannot open. Jabril cannot open. Können wir? Jabril cannot open. Ist das die Tür? Jabril cannot open. Äh... Mehr links. Da. Da. The doorway is already open. Ach so. Ach so, ja. Okay, dann gehen wir einfach. Ja, gehen wir einfach. Easy. Langsam. Aber lass dir Zeit, Gable. Lass dir Zeit. Okay, ähm... Kathedrale? Jetzt mal nix mit Voodoo, sondern... Uh. Gabriel kann not do anything with the chancel. That's my cooking. The chancel of St. Louis Cathedral consists of a raised dais, an altar, two pedestals, and a choir area. At least the cherubs are an aesthetic way of asking for donations. St. Louis Cathedral has a beautiful chapel, warm with tons of golden cream and rich with delicate frescoes and meticulously carved wood. That door must lead to the priest's side of the confessional. Mhm. Gabriel cannot go in there. That's the priest's part of the confessional. Okay. Aha. Ah, oh. Das sind ja beichten. Ja. Die schmutzigen Gedanken, die er hat. Ja. Das sind, glaube ich, viele. Ja. Kein Kind von Traurigkeit, würde ich mal sagen. Mhm. Mhm. Okay. Okay. A meshed window provides access to the confessional from the priest's side. Ah. May I help you, my child? Mhm. Could you give me a blessing? Do you feel the need for a blessing, son? You wouldn't believe me if I told you. Alright. If it will comfort you. The priest blesses Gabriel to the confessional window. Peace be with you, son. Thank you, father. A meshed window. The confessional is empty. Ah. Das war aber flott. Na gut, okay. Dann geht der halt wieder. Das war kurz. Was? Ist diese andere Tür auch gut? Ach so, meinst du die? Vielleicht. Hm. Geht der rüber, ja. Ist der so entlang geslidet und geht dein Zender. Ja. Huh? 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 Ah, oh. Bestenfalls, ja. Man hat irgendwas mitgehen lassen. Nothing on that shelf interests Gabriel. Oh, okay. Gabriel isn't interested in those books. Mhm. This small nook must be used as a ready room for the parish priest. It's small, cool, and has a faintly institutional feel. Mhm. Mhm. Appropriately sacred books are laid out on the table. Ist das hier. Ist das hier. Gabriel doesn't have any matches. Mhm. Besides, he wouldn't want- Ja, okay. Da, ja. The crucifix might come in handy. But Gabriel does not feel guilt-free enough to wield it. Mhm. A crucifix adorns the wall. Okay, okay. Ausgang. Na gut. Okay. Ähm. Wo war jetzt der Ausgang? Da. Okay. Ja, gut. Aber ich habe dieses Bling-Bling-Bling schon lange nicht mehr gehört. Ja. Ja, vielleicht war das jetzt alles nicht so relevant. Aber vielleicht später. Ach so, kann auch sein. Ja. Was ist das denn hier? Jackson Square. Rum. Wobei, apropos Bling-Bling-Bling, ich frage mich. Wann kommt das nächste Bling-Bling? Äh. Welche Morde sind überhaupt denn passiert? Genau. Und was machen diese Leute im Park? Das und vieles mehr. Erfahren wir in der nächsten Folge. Ja. Ja.